Hallo zusammen, mein Name ist Anitza. Ich mache meine Lehrerin Kauffrau hier bei der DGS. Ich zeige euch heute meinen Alltag. Kommt mit! Hier in der DGS ist man zuerst in der Produktion und dann im Verkauf. Dann im zweiten Lehrjahr ist man im Einkauf und in der Spedition. Und im letzten Jahr wäre man in der Finanzbuchhaltung und in der Personalabteilung. Ich habe meine Lehrerin bei der DGS gewählt, weil ich die Firma schon vor dem Kind habe und weil ich gehört habe, dass man viele Abteilungen besucht und es so nicht langweilig wird. Und man hat viel mit Mitarbeitern zu tun und was mir persönlich mega gefällt. Eine Herausforderung wäre, dass wenn man in hektischen Zeiten trotzdem konzentriert bleiben muss. Also wenn ein Fehler passiert, kann man gleich wieder von vorne anfangen. Dadurch, dass man jede Abteilung sieht, ist es sehr abwechslungsreich und es wird nie langweilig. Und die Benefits von der DGS sind, dass man auch das GR bekommt und zum Beispiel 50% vom Lehrmaterial der Firma übernommen wird. Das war unser Alltag. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerbe ich noch heute. Ciao zusammen! Ich hatte den Geschwommen. välbe ich noch heute. ikes bis zum Laufen anfangen. Je nui便? Ich konnte nicht auf der DGS haben. Ja! Parce dass sie signifikate Ihres! Vielen Dank.